Die Musikhochschule in Detmold ist wirklich einzigartig. Mein ganzes Leben dreht sich um die Musik. Und hier trifft man Menschen mit der gleichen Leidenschaft. Es ist einfach schön zu wissen, dass jeder einzelne Student wichtig ist. Gut, genau so. Jetzt versuch bitte etwas lockerer zu stehen, dann wird der Klang noch freier werden. Mit dem Tonmeisterinstitut auf dem Campus haben wir wirklich einmalige technische Möglichkeiten. Musiker und Tonmeister unterstützen sich gegenseitig. Zusammen können alle wichtige Erfahrungen in der Praxis sammeln. Gut, gut, weil gleich am Anfang Kleinigkeit passiert, das bräuchten wir vielleicht nochmal. Dann ich wiederhole diese Teil, ja? Okay, gerne. Es geht jetzt in die Richtung, noch einen Take, dann haben wir es. Die Studenten sind unfassbar konzentriert bei der Sache. Jeder einzelne strebt nach Perfektion. Ihr müsst noch genauer spielen. Diese Part ist wichtig. Es ist beeindruckend, wie viele Nationen die Studenten zu dieser Universität floggen. Ich komme aus Japan und ich mag es hier wirklich. Klar ist man vor einem Auftritt nervös, aber auf einmal steht man auf der Bühne und merkt, dass man ganz oben mitspielen kann. Eine bessere Schule kann ich mir nicht vorstellen. Musiker und Tonmeister Musiker und Tonmeister Musiker und Tonmeister